So Leute, jetzt habe ich erstmal genug, das kommt hier Quatsch. Jetzt geht's erstmal weiter mit Folge 4 von Cuphead. Wir waren jetzt mal Schengelie, weil es ja vier Wurst geklatscht haben. Wir hintergetreten haben. Jetzt geht's weiter erstmal mit dem Mausoleum 2. Wollte ich heute machen. Das war ganz gut. Schieß ich eigentlich nochmal. Ah, so war das. Obwohl ich sowieso jetzt nicht schießen muss, du hast eigentlich nur parryen. Ah ja, okay, ich kenne Stutten wieder. Ja, okay. Oh. Oh, Lobberhaum oder ne? Zeig dem, ich könnte dem gleich mal zeigen. Das ist der, ja. Der soll ziemlich, ziemlich stark sein. Oh Gott, Gott, Gott. Oh Gott. Nice. Ich wusste, wenn du es umgekehrt hast, ich konnte etwas Besonderes finden, aber ich wusste nicht, dass ich wieder getrennt habe. Danke für mich ein zweites Mal zu retten. Diese Magik ist superartig und ich werde sehen, ob du dich noch findest. Ah, es geht weiter! Jetzt haben wir, glaube ich, die Unverwundbarkeit. Super 2, Super 1, ja, Unverwundbar. Oh Gott, das ist irgendwie ein richtig geiles Level. Alles klar, oder? Ist es das? Ne, das ist Funhaus. Tschüss! Ähm, habe ich nicht irgendwo noch eine vergessen? Ne, warte, das war die zweite Welt. Weil das eine haben wir ja, glaube ich, gemacht, soweit ich weiß. Ja. Ja. Ja, okay, ist aber doch noch, das haben wir schon gemacht. Ich war ja schon wieder in der zweiten Welt. Das ist aber erstmal krüpp ich mich ein bisschen. Einfach nur das Shotgun rein drücken. Ja, brauche ich das hier nicht. Das ist eher für die Level gedacht. Wenn ich jetzt hier Parry gut habe. Smokebomb nehme ich einfach mal mit. Das ist klar. Funhaus Phrase. Gucken wir mal, wie es anfängt. Ich hab das mit diesen... Ja. Okay. Not bad. Hong Kong. Nein. Oh Gott! Oh Gott, ich dachte schon! Aber so kommen die natürlich auch killen, weil ich hab, das war die killen. Oh nein. Ich hab dieses Pusterrohr. Weißt du was, Leute? Wir gehen nochmal raus und legen dieses Pusterrohr mit. Lover... äh... Weiß nicht. Mit einem Bus haben wir dann auch noch. Danach sind wir mit der ersten Welt, glaub ich, erstmal fertig. Es kommt nicht mehr so viel Parry immer rum eigentlich, aber... Wo sind diese pinken Händen? Das gefällt mir. Jetzt müssen wir hier sein, bei dem kurzen Zwischenboss. Lass... Okay... Sterne... mit Kalon... Oh Gott, Alter... Ich hab ge... Warum muss... Wie kann man denn so petten wie ich? Ich werde hier nochmal sterben. Oh, warte, ich esse zuvor. Alles klar, kurz, die ist da. Was sind das für... Oh, sie ist gerade gestorben? Hab ich sie doch noch aufgebracht? Na los, komm, Entschuldigung. Bedruck. So, weiter geht's, Sterne. Und ich renne weiter. Weiter, 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 weiter. Immer weiter. Ich will nicht wissen, wie es bei dem Drachen ist, Alter. Ich will es nicht wissen. Na los, komm. Ich renne einfach weiter, anstatt das... Mookdashen! Stirb, du komisches... Ich sollte wieder am Herzen bleiben. Oh, ich hab doch geschockt... Oh, Gott, Alter, wie kann man denn so reinscheißen? Wie lange ist das, ist schon wieder, ja? Gib mir mein Herz. So, das kann ich parryen, das gefällt mir. Oh, Jumal. Warum schießt ihr jetzt wieder nicht? Ich hab doch den... ...x-Knopf reingedrückt. ...x-Knopf reingedrückt. Ich geh trotzdem... ...hier unten lang. Oh, ihr Miesen! Reingehend... ...laufen hab ich da auch nicht. kleines auch schon das kann man durch auch machen, erst unten stehen bleiben und danach erst switchen stirb, komische Zuber die ist jetzt schon wieder ein bisschen schwieriger ich war noch, ich hatte doch noch meine Ulls, man oh Ich schieße jetzt einfach mal einen drauf los, weil da können immer noch rauskommen. Zum Beispiel der Schwester, diese Kanonenkugel, die ich nicht hütteln kann. Mach dich weg, du komisch aus meiner Sicht. Was ist los, Alter? Da waren wir mal so mehr als 17 Tage nicht drin, ne? Warum schießt er denn nicht? Er schießt schon wieder nicht. Drücke ich umsonst auf X? Stürb doch, du dumme Dreckswands, die Trump gebaut hat. Stürb doch, du dumme Dreckswands. Werd so, werd so, werd so, werd so. Das nehme ich? Stürb doch. Oh, geh doch da rund. Wir verschenken uns viel zu viel Zeit. Los, Stürb. Warum habe ich meine Holt nicht eingesetzt? Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt hier noch auf diesen scheiß X-Klop draufdrücken muss. Er hört einfach auf zu schießen. Ich verstehe es nicht. Ich habe den schon so tief reingedrückt, ich weiß nicht, wie tief es noch gehen soll. Und das ist schon wieder eine wunderbare Szene für Vestor, weil das hört sich schon wieder so zweideutig an. Er hat schon wieder aufgehört. Kann ich hier nicht parry? Das ist doch eigentlich... Nein. Nein, da... Oh Gott, da ist nicht parry, ich die Karte. Oh, das ist nicht parry. Das ist nicht parry. Das ist nicht parry. Ich habe die Karte. schon aufgegeben, Alter. Ich renne einfach weiter. Ich renne einfach weiter. Und natürlich zerstöche ich wieder meine ganze Hoffnung. Meine ganze Hoffnung und Träume. Schwieriges Wort, na Robin? Welttrophi. So. Jetzt reicht's. Oh. Oh. Wie oft muss ich diese Scheiß-Taste reinrücken. Jetzt hab ich mich gefragt, wo hab ich meinen Boom-Raum mitgenommen? Oh nein. Oh nein. Oh oh. 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 Wo ist jetzt so? Oh! Ich weiß nicht, wie lange das das wiederholt hat. Oh Gott, so viele Versuche. Das ist halt der Konzept für den abonniert sonst. Find ich nice! Ich hoffe, hier auch. Ich hoffe, hier auch. Oh Mann, ey. Was gibt's denn noch? Also erstmal geht's hier rein. Dann gucken wir mal, ob wir den Drachen noch kriegen. Autofilmeter, super. Automatic Parry Charge. Was nehm ich denn? Kannst mir eine Axt geben? Dann kömpfe ich dieses Monster. Ich nehm den Charge einfach mal. Später hol' ich mir noch Kaffee und Zucker. Wollte gar nicht was gewinnen. So, erstmal... Brauch ich den in einen Energy Beam rein. Lover. Nehme ich da mal mit den Charge. Na, oder? Jetzt muss ich mich... Ne, warte, jetzt muss ich mich entscheiden. Ich bleib mal den Lover. Bei dem dann noch roundabout mit. So, hier sind wir. Bei Grimm Majestic. In Fire Reef Frolic. Ufff. Fertig, den hab ich gar nicht sicher draufholt. Das macht wird red hot. Und beginnt! Oh, du... Fett ist wissig. Ich bin jetzt roundabout. Ne, würde es sich auch lohnen. Ne, ja... Es lohnt sich mehr als der Lover jetzt. Jetzt ich immer umzuwiesen, Lover zu machen. Uff. Erekt drauf, ich trotzdem. Uff. Das Inten geht weiter. Nein! Na los, komm! Und ich springe mir nur nach unten! Energy! Beam! Und trotzdem hat er mir überhaupt nichts gebracht. Oh Mann! Was soll ich jetzt euch noch sagen, Leute? Was soll ich dazu sagen? Ich könnte halt eigentlich parryen, aber ich lass das mal lieber. Na? Er wird denn da gleich? Wie er frisst, Alter! Voll in deinem Gesicht, Junge! Versuch es mal so! Eigentlich ist es doch, das ist die beste Option. Das ist eigentlich auch eine gute Option. Wenn ihr mich fragt. Wenn ich mit Energy Beam fügt die dritte Phase auf. Ja okay, die kommt nämlich jetzt so. Jetzt kann ich das glaube ich so machen. Wenn ich drauf schießt, explodieren die... Oh warte mal, ich glaube es sieht... Schmegeschlecht aus! Das war ein Flammenwurf. Ja komm, weiter gehts. Was hab ich anderes zu verlieren? Wenn das schon so los geht, dann werde ich gleich wieder vom Wunder fallen. Was soll ich denn das? Was? Deine... Mare... Ja, ich mach's lieber so wieder. Wie ich's davor gemacht habe. Ja... Nee... Wolltest du vorausberechnen? Ich bin da sowieso nicht hingesprungen. Na... Na... Trotzdem bin ich da oben mitgeführt. Ist ja klar... Ist ein kleines... Jodisches Etwas! Ja... Flammenwurf, glaube ich, ja, natürlich. Oder nicht. Ich darf halt nicht gegenballern, aber es ist halt schwer, weil ich muss ihn irgendwie angreifen. Ich mach's doch mal mit dem Lobbo. Vielleicht ist das ein bisschen besser. Er hat schon wieder aufgehört zu ballern. Aufgehört zu ballern, aufgehört zu ballern. Oh ja... Den seh ich auch. Oh ja... Den seh ich auch. Okay... Jetzt kommen wir in die Zugphase mit diesen ganzen Typen drinne. Ich bin jetzt auch mal Zug. Na... 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 Auch nicht, auch nicht. Nein, alles falsch. Nee... Er wollte vorausberechnen. Hat auch nicht funktioniert. So, jetzt versuchen wir's nochmal so. Oh nein, auch nicht so. Das war auch wieder... Okay. Das klappt nicht mit diesem Bouncen. Aber so... Oh Gott. Aktiviere ich seine scheiß Kugeln. Ein bisschen weniger. Ja... Na los... Okay... Einen Hit hab ich gefressen. Und somit haben wir auch die zweite Welt zu 100% abgeschlossen. Abgeschlossen. C plus, natürlich. Was ist sonst? Oh Gott. Jetzt kann ich da rühren. Seelenvertrag haben wir auch. Er geht sogar nicht mal in die nächste Welt. Inquil Isle 3. Looks like I might so un... Underestimate, you bums. You gaff it to them Depters. But good. Go on over to the next island. Lots of fun. Time's waiting for you there. Hahaha. The little mugs have some fight in em. I'll say that much. They're making... Mines... Minesmeat... Outer than Depters. You see, I knew there was something special about these fellas. Well, don't be so... Don't be too sure. Just yet, boss. I think there's something fishy about those two. Don't blow your big dice. Dick! 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 Don't blow your big dice. If those two little things... Try anything, I'll be waiting. Und wir sind auf der dritten Insel. Hier ist ein Boss. Der Hipp ist ein Boss. Der Hipp ist ein Boss. Arrrr. Hier gonna... Hier gonna need some tips if he wants to kill out these deadbeats. Start... Start... By... Mixing... Up... Hier... Rap... 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 Rappenry. Can't expect all... Hier in Arms to work... The same on everything. Mix and match... Land... 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 Lois... That's what I say. Okay. Aha. Eine Sandburg. Und hier ist noch ein Boss. Aber die machen wir eine Spiele, Leute. Das war's mit Cuphead von Part 4 für heute. Wir sehen uns beim nächsten, was auch immer kommt wieder. Bis dann, Leute. Und tschau. So gehen wir mal. Was nicht zum Beispiel ... Das war schon bei der Zweck causa! Die Stadt.